Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda, dem Kanal um einfach besser Schach zu spielen. Heute erfahrt ihr alles über das brandgefährliche Urusoft Gambit, viel Spaß damit. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken für die Idee dieses Videos, die habe ich wieder einmal von Jonathan Schrantz, wie schon das Nag Manson Gambit. Schaut mal auf seinem Kanal vorbei, tolle Videos, ich verlinke euch das hier oben. Und zwar heute kommt das Urusoft Gambit. Wie funktioniert das Ganze? E4, E5. Wir fangen hier an, normal, offenes Spiel und jetzt Läufer C4, das Läuferspiel. Und hier gibt es nun verschiedene Züge, da Läufer C4 erstmal ein normaler Entwicklungszug ist, der auch nichts groß angreift, hat Schwarz hier auch eine Menge Möglichkeiten. Springer F6, Springer C6, Läufer C5, aber der mit Abstand häufigst gespielte Zug ist Springer F6, denn der entwickelt hier seinen Springer und greift den E4 an. Der normale Hauptzug ist jetzt hier D3, um eben den E4 zu decken und seine Entwicklung voranzutreiben. Aber heute möchte ich euch ja was anderes zeigen und das Urusoft Gambit, das erreichen wir jetzt über D4. So, Weiß stellt jetzt hier noch einen Bauern in Zentrum und Schwarz hat jetzt hier zwei Möglichkeiten, Bauern im Zentrum zu schlagen. Und zwar E schlägt D4 und Springer schlägt E4. Bevor ich auf diese beiden Züge eingehe, ganz kurz noch eine dritte Möglichkeit. Schwarz hat hier auch die Möglichkeit, Springer C6 zu spielen, wenn er hier gar nichts nehmen will. Und darauf empfehle ich euch schon mal Springer F3 und einfach zu sagen, okay, wenn du abwartest, warte ich hier auch ab. Und das leitet hier über in Stellungen, die wir gleich sehen werden. Aber kommen wir erstmal zu den Schlagzügen. Und zwar erstmal zu dem schlechteren Zug. Der schlechtere Zug von Schwarz hier ist Springer schlägt E4. Darauf spielen wir als Weißer einfach D schlägt E5 und das ist schon eine sehr gute Stellung für Weiß. Dieser Springer auf E4 steht hier einfach schon mal sehr schlecht. Der kommt jetzt hier nicht wieder zurück auf seine irgendwie natürlichen Felder. Und jetzt droht schon direkt, Läufer schlägt F7, nebst damit D5 Schach. Also wenn Schwarz hier nichts macht, A6, folgt ihr einfach Läufer schlägt F7, König schlägt F7 und damit D5. Mit einem Bauernmeer plus König in der Mitte vom Gegner. Das ist hier natürlich eine Riesenstellung für Weiß. Und deswegen hier steht Schwarz schon wirklich ungünstig. Er kann noch sowas spielen wie C6, um D5 zu decken. Aber Weiß wird sich jetzt hier ganz normal entwickeln. Zum Beispiel erstmal Dame E2, um diesen Springer anzugreifen. Dieser Springer muss jetzt schon auf komische Felder zurück. Zum Beispiel nach C5. Und was wir jetzt einfach machen können, wir entwickeln uns ganz normal als Weißer. Und dieser Bauer hier vorne auf E5, der ist schon sehr sehr unangenehm für Schwarz. Schwarz kann hier seinen Springer nicht entwickeln. Den D-Bauern muss ja gucken, ob er den gut ziehen kann. Und ja, ich habe hier einfach freies Spiel für meine Figuren, habe mehr Platz, habe ein bisschen Entwicklungsvorsprung. Dieser Springer steht hier ungünstig. Also das ist einfach eine angenehme Stellung für Weiß. Noch nicht gewonnen, aber einfach schon besser für Weiß auf jeden Fall. Das sollte Schwarz hier nicht machen. Denn so kriegt Weiß bequemes Spiel und bequemen Vorteil. Also Springer schlägt E4 ist hier die schlechtere Wahl. Und deswegen wird eigentlich hier auch immer nur E schlägt D4 gespielt. Ja, was man jetzt hier als Weißer nicht unbedingt machen sollte, ist direkt E5 spielen. Und das ist eine typische Stellung, die man als Schwarzer auch kennen sollte in diesen Varianten. Denn hier ist immer die Reaktion D5. Und ja, wenn jetzt der Läufer wegzieht, kann ich jetzt hier zum Beispiel einfach meinen Springer wegziehen. Und behalte hier möglicherweise sogar einen Meerbauern. Oder wenn Weiß jetzt zum Beispiel den nehmt und ich den Schläge schlage, dann habe ich hier vorne schon zwei sehr starke Bauern. Und habe hier deutlich mehr Platz für meine Figuren. Und das ist hier schon eine super Stellung für Schwarz. Also das sollte Weiß hier nicht tun. Und deswegen ist jetzt hier nach E schlägt D4 der Hauptzug Springer F3. Man entwickelt sich einfach weiter, lässt den Bauern hier erstmal stehen. Und jetzt hat Schwarz hier verschiedene Möglichkeiten. Es gibt hier eigentlich zwei Hauptzüge. Die Hauptzüge sind Springer schlägt E4 und Springer C6. Springer E4 ist natürlich das konsequenteste. Man nimmt hier einfach alles mit, was man bekommt. Und guckt mal, wie man da rauskommt. Ich zeige euch erstmal Springer C6. Springer C6 deckt jetzt den D4. Der Hauptzug ist jetzt hier E5. Und dann gibt es hier auch D5. Und ja, das geht jetzt hier so weiter. Weiß kriegt jetzt hier den Bauern zurück. Und ja, zweischneidiges Spiel. Aber das Schöne an diesem Urusov-Gambit ist jetzt, dass man hier nach, in dieser Stellung, nach Springer C6 auch hochieren kann. Und nach Springer schlägt E4. Ist Tommy 1 der Hauptzug. Aber man kann hier auch überleiten in das Nagman-Zongambit. Habe ich ein Video dazu, verlinke ich auch oben. Auch ursprünglich von Jonathan Schranz. Wirklich ein gefährliches Gambit. Man kann es widerlegen. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Aber es ist gefährlich. Nur kurz die Idee. Nach dem folgt hier Läufer schlägt F7. König schlägt F7. Und damit D5 Schach. Und das wird sehr, sehr gefährlich. Die einfachste Widerlegung ist hier zum Beispiel Springer D6. Oder nehmen mit dem Springer. Also Springer D6 ist hier eine einfache Widerlegung. Aber darum soll es hier heute nicht gehen in diesem Video. Also nochmal ganz zurück, damit wir nochmal jetzt wieder in die Zugreinfolge kommen. Läufer C4, Springer F6, D4, E schlägt B4, Springer F3 und jetzt Springer C6 rochieren wir eben. Es gibt jetzt hier noch andere Züge, die kaum gespielt werden. Schwarz kann jetzt hier Läufer C5 oder Läufer B4 spielen. Das ist alles okay und das führt alles zu relativ ausgeglichenen Stellungen. Aber ich möchte mir heute Springer E4 angucken. Das ist der konsequenteste Zug. Schwarz hat im Moment zwei Bauern mehr. Und jetzt sind wir hier im Urus-Soft-Gambit. Und zwar nach Dame schlägt D4. Wir haben einen Bauern wieder zurückgeholt. Aber wir haben jetzt erstmal einen Bauern weniger. Der schwarze Springer hängt. Und der eigentlich einzig gespielte Zug hier in der Praxis ist Springer F6. Macht auch Sinn, seinen Springer hier zurückzuholen. Springer D6 sieht sehr merkwürdig aus. Den Springer hier vor seine Bauern zu stellen. Und das ist auch schon richtig schlecht. Springer C5 kann man noch machen. Aber auch da steht er komisch. Und deswegen Springer F6. Hier der natürliche Zug. So, was ist jetzt die Idee dieses Gambits? Wir haben ein Bauern weniger. Allerdings haben wir jetzt schon mal einiges an Entwicklungsvorsprung. Wir haben hier schon zwei Figuren entwickelt plus die Dame in der Mitte. Schwarz hat nur seinen Springer draußen. Und ich habe hier die Zentrumslinien geöffnet. Und das Schöne an diesem Gambit für Weiß ist, dass der Aufbau, den er wählt, eigentlich immer derselbe ist. Also die weißen Züge sind hier relativ klar. Er spielt Springer C3. Spielt Läufer G5. Hochiert lang. Und stellt noch den anderen Torm in die Mitte. Das heißt, er schließt relativ straight forward seine Entwicklung ab. Und dadurch entstehen relativ schnell Drohungen für Schwarz. Oder gegen Schwarz. Schwarz hingegen muss ich gleich entscheiden. Ich mache jetzt erstmal den Zug, den man hier spielen sollte. Springer C3. Warum sollte man Springer C3 spielen? Man sollte unbedingt D5 unter Kontrolle kriegen. Läufer G5 ist hier nicht so gut. Denn dann kann Schwarz Springer C6 spielen. Ich spiele Dame H4, wie in der Variante, die wir gleich auch sehen werden. Und jetzt kann hier sehr gut D5 kommen. Und normal würde man jetzt hier gerne lang rochieren. Und das geht noch nicht, weil der Springer noch nicht entwickelt ist. Also kriegt man hier ein bisschen Probleme und nicht das, was man möchte. Deswegen ist hier der Hauptzug Springer C3. Und jetzt Schwarz muss sich entscheiden. Es gibt hier zwei Aufbauten, die er wählen kann. Und die auch gewählt werden. Der natürlichste Zug und der auch meist gespielte Zug ist hier Springer C6. Mit Tempo die Dame angreifen. Ein anderer Aufbau, der ebenfalls möglich ist, ist C6 und D5. Und ja, wenn ich meinen Springer als Schwarzer nach C6 spiele, kann ich mich dann noch entscheiden, ob ich meinen Bauern nach D6 oder nach D5 stelle. Und die anderen Figuren, die sind relativ klar. Der Läufer kommt hier nach E7, der Läufer kommt nach E6. Und wir schauen uns mal so einen logischen Verlauf an, der die Ideen dieses Urosoft Gambits euch einfach mal ein bisschen zeigt. So, Springer C6, absolut logischer Zug. Ich greife die Dame mit Tempo an. Dame H4, das ist ein wichtiger Zug hier. Geht schon mal in diese Fesselung rein. Bereitet schon mal Läufer G5 vor. Und guckt schon mal Richtung H7, wenn Schwarz hier irgendwann kurz rochiert. Der natürliche schwarze Zug ist sicherlich hier Läufer E7, um jetzt hier einen Abzug des Springers vorzubereiten. Und deswegen jetzt hier auch für weiß der natürliche Zug Läufer G5. Und jetzt muss Schwarz schon ein bisschen gucken, was er macht. Man könnte ja denken, okay, jetzt spiele ich H6 und greife diesen Läufer an. Sieht vielleicht wie eine logische Reaktion aus. Das Problem an H6 ist, er droht gar nichts, weil der Habauer gefesselt ist. Meine Dame schlägt den Tor mal auf H8, wenn der Habauer den Läufer auf G5 schlägt. Das heißt, H6 bringt gar nichts. Und ich gewinne hier eigentlich ein Tempo als weißer und kann jetzt hier lange rochieren. Und jetzt stehe ich hier tatsächlich schon gut, trotz des Bauernwenigers. Und Schwarz hat jetzt gleich Probleme, seine Entwicklung abzuschließen. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel. Wenn schon mal ein Beispiel jetzt einfach Schwarz kurz rochiert. Ein ganz wichtiges Motiv hier im Urosoft Gambit. Fast immer, wenn H6 gespielt wird nach der kurzen Rochade, kann man hier Läufer schlägt H6 spielen. Das funktioniert schon. Wenn Schwarz jetzt hier wieder schlägt, folgt Dame schlägt H6. Und das Problem ist, Schwarz schafft es nicht, hier genug Verteiliger heranzuholen. Weiß hat jetzt hier eine Menge Angriffsideen. Wenn zum Beispiel jetzt ein Zug wie D6 kommt, Schwarz entwickelt sich weiter, hat Weiß hier tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Das funktioniert zum Beispiel sowas wie Läufer D3. Guckt Richtung H7 und droht schon sehr stark Springer D5. Mit der Idee, diesen Springer auf F6 abzulenken. Wenn jetzt zum Beispiel Läufer E6 kommt, mit der Idee, das Feld D5 zu decken, kommt einfach noch Springer G5. Greift nochmal H7 an, greift E6 an und das geht hier schon bergab. Wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, diesen Läufer zu decken, dann gibt es hier so ein Standardmotiv jetzt. Läufer H7 Schach, König H8. Jetzt ziehe ich meinen Läufer zum Beispiel ab nach F5, König G8. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier nehmen auf E6, der Bauer schlägt auf G6, Dame G6. Ja und jetzt könnt ihr mal suchen, wie man Matt setzt. Die zeigt es euch, Turm D3 und der Turm setzt auf H3 Matt. Das war jetzt nur einfach einmal, um so einen Verlauf zu sehen, wie sowas funktionieren kann. Wir schauen nochmal rein. Nochmal von vorne, damit wir uns das wirklich einprägen, dieses Urus-Surf-Gambit. Läufer C4, Springer F6, D4 nimmt Springer F3, Springer schlägt E4 und Dame schlägt D4. Springer F6 und Springer C3, die Ausgangsstellung. Ja, ich zeige euch nochmal einen anderen Verlauf. Springer C6, Dame H4, wieder Läufer E7 und Läufer G5. Jetzt macht Schwarz mal nicht H6, sondern macht entweder D6 oder D5. Das sind die vernünftigen Züge, ich zeige euch mal D5. Und jetzt auch so ein Standardmotiv im Urus-Surf-Gambit. Jetzt rochiert man einfach lang. Und jetzt ist nämlich der D-Bauer gefesselt. Und hängt auch gleich nochmal mit dem Turm. Standardzug jetzt hier Läufer E6. Um die E-Linie schon mal zu verschließen und den D5 zu decken. Und ja, wenn ihr wollt, haltet jetzt mal das Video an und versucht mal eine Taktik für Weiß zu finden. Die ist wirklich ein bisschen kompliziert, aber die sollte man kennen, weil das eben hier auch eine sehr natürliche Stellung ist, die aus dem Urus-Surf-Gambit entstehen kann. Ich zeige sie euch. Weiß kann jetzt hier interessanterweise auch D5 nehmen. Es ist wirklich sehr verwirrend, die Stellung, weil es so viele Schlagmöglichkeiten gibt. Die Idee ist letzten Endes, wenn jetzt hier auf D5 genommen wird, zum Beispiel der Läufer, muss man eben jetzt genau berechnen, kann man jetzt hier auf D5 wieder nehmen. Und wenn der Springer auf D5 am Ende auftaucht, ist die Idee immer mit C4 die Fesslung auszunutzen und hier einen Bauern zu gewinnen und das bei weiteren Entwicklungsvorsprung. Und hier steht man einfach besser als Weißer danach. Zum Beispiel hier Springer schlägt G5 und danach gewinnt man hier seinen Bauern zurück und hat wie gesagt noch Entwicklungsvorsprung und steht hier besser. Wenn ich jetzt die Springer D5 spiele und dann der Springer wieder nimmt, dann nehme ich trotzdem hier, der Läufer nimmt wieder und ich spiele trotzdem C4. Auch hier habe ich jetzt die Fesslung und habe den Bauern zurückgewonnen und stehe hier auch leicht besser durch meinen Entwicklungsvorsprung, den ich noch habe. Aber ihr seht eben, alles nicht so einfach. Trotzdem, wenn man das spielt, sollte man das hier als Weißer auf jeden Fall kennen. Gut, Schwarz muss nicht D5 spielen, er kann auch D6 spielen. Bleibt dabei, ich rochiere lang. Ja und jetzt muss, ein logischer Zug für Schwarz ist jetzt Läufer E6, um diesen gefährlichen Läufer für 7 abzutauschen. Und hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten für Weiß. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel jetzt hier zu tauschen und einfach mit Tom E1 auf diesen E-Bauern zu gehen. Das Problem für Schwarz ist, er kann den nicht vorziehen, denn es gibt hier noch diese Fesslung, den kann man jetzt einfach wegnehmen. Springer E5, Tom schlägt E5 und der Bauer ist gefesselt und ich habe hier meinen Bauern zurückgewonnen. Man kann den zwar decken, einmal mit Dame D7, aber Weiß kann den dann zum Beispiel mit Dame C4 einfach nochmal angreifen. Kann Schwarz vielleicht D5 machen, um den Angriff zu unterbrechen, aber Weiß spielt dann Dame E2, geht nochmal auf diesen Bauern drauf. Und am Ende jetzt muss Schwarz irgendwann diesen Bauern geben und Weiß kriegt diesen Bauern auf D6 zurück. Und steht dann sicherlich einfach auch ein bisschen besser. Immer noch aktiver, Terme in der Mitte. Und ihr seht, Schwarz hat hier keine großen Fehler gemacht. Das waren relativ normale Entwicklungszüge. Und das ist das Interessante bei diesem Ubisoft Gambit, dass auch ohne dass Schwarz hier große Fehler macht, Weiß relativ gut den Bauern zurückgewinnt mit leicht besserer Stellung. Das ist jetzt kein Gambit, wo Schwarz alles um die Ohren fliegt, sondern es ist eher so ein Gambit, wo sich der Druck nach und nach so stark aufbaut, dass man einfach stellungsmäßig was zurückgewinnt. Und jetzt nicht so im Sinne von, ich greife dich hier völlig an und öffne deinen König. Es ist kein inkorrektes Opfer, wo man drauf hofft, dass irgendwas funktioniert. Ja, der Computer zeigt leicht einen Vorteil in einigen Varianten für Schwarz, aber dafür, dass man Bauern geopfert hat, ist das alles noch im Soll. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das Gambit komplett korrekt ist, aber im menschlichen Sinne ist das schon sehr, sehr gut spielbar, denke ich. Also Springer schlägt E4, Springer F6, Springer C3, also nochmal Springer C6, dann spielen wir Dame H4. Ich kann nochmal eine Idee zeigen, Läufer E7. Was ist denn jetzt hier, wenn Schwarz hier kurz rochiert? Ja, spielen wir als erstes auf jeden Fall immer erstmal die lange Rochade. Gut, jetzt kann sich Schwarz hier weiterentwickeln mit D6. Und wenn wir so jetzt eine Stellung erreichen, wo Schwarz jetzt kurz rochiert hat, gibt es jetzt hier schon tatsächlich einen Killer, Läufer D3. Läufer D3 ist schon wirklich übel. Droht, Läufer schlägt F6, Netz, Dame, H7, Matt. Deswegen hat Schwarz nur G6 oder H6. H6, kennen wir schon, was passiert hier immer auf H6? Hatte ich vorhin erwähnt, Läufer schlägt H6. Das geht schon gar nicht mehr, weil jetzt mit dem Läufer und der Dame droht schon wieder Springer D5. Die Varianten hatten wir vorhin. Hier wird es tatsächlich matt. Also Läufer E6 kann man hier noch spielen. Und hier sagt der Computer schon, dass es nebenlösig ist. Also Springer angefangen mit Springer G5. Dann den Turm hier noch irgendwie ranholen. Und die Türme kommen hier auch noch ran. Und weiß setzt sie einfach irgendwann matt. Der andere Zug, den man hier machen kann, ist G6. Und jetzt kann man hier Tommi einspielen. Und langsam wird diese Fesselung unangenehm. Wenn jetzt Schwarz hier nichts macht, droht schon Turm schlägt E7. Und der Läufer schlägt danach noch den Springer auf F6. Weil G6 eben diesen Springer hier geschwächt hat. Schwarz kann auch Läufer E6 spielen, um diese E-Linie zu schließen. Und der Computer sagt, dass es hier wirklich schon sehr, sehr klar besser ist für Weiß. Zum Beispiel angefangen mit G4. Man setzt hier einfach den Angriff fort. Und wenn Schwarz zum Beispiel nichts macht und A6 spielt, hat man hier wirklich tolle taktische Ideen. Der Computer sieht hier zum Beispiel Läufer F5. Absolut verrückt. Und das ist schon wirklich übel scheinbar, diese Stellung. Denn, ja, der E6 hängt und den kann Schwarz nicht so gut decken. Denn Dame und Läufer müssen unbedingt den F6 decken. Und den nehmen kann man auch nicht. Denn nach dem Wiedernehmen kriegt Schwarz hier in der G-Linie Probleme. Zum Beispiel Läufer schlägt F5. Dann funktioniert jetzt wieder Turm schlägt E7. Und das ist eben die andere Idee, dass ich hier wieder die E-Linie mehr freikämpfe mit diesem Opfer. Und danach Turm E7 habe. Ihr seht, ich will euch einfach nochmal zeigen, was hier für Ideen lauern. Auch das. Eine relativ normale Variante von Schwarz. Schwarz hat jetzt hier nicht H6 gespielt, sondern hat rochiert. Hat D6 gespielt, hat sich normal entwickelt. Und dann ist es Läufer D3 tatsächlich schon nah am Aus. Natürlich muss man das noch ein bisschen finden. Und es lohnt sich, das als Weiser sich ein bisschen anzuschauen, wie es funktioniert, weil das schwer ist am Brett zu finden. Trotzdem will ich das einfach nicht verschweigen, dass es so aussieht. Ich möchte hier nochmal auf eine andere Variante eingehen. Ich zeige es nochmal von vorne, damit wir uns das wirklich noch einmal einprägen. Ist sicherlich ein lehrreicher Weg, um sich Sachen zu merken, das immer mal wieder von vorne zu machen. Springer C3. Schwarz kann jetzt hier auch C6 spielen, mit der Idee D5 zu spielen. Das ändert für uns aber gar nichts. Wir spielen trotzdem Läufer G5, D5 und wir rochieren lang. Wir nutzen wieder die Fesslung aus. So, Schwarz spielt jetzt hier vielleicht Läufer E7. Natürlicher Zug. Wir stellen erstmal unseren Turm in die Mitte. Schwarz spielt Läufer E6, um die E-Linie zu schließen. Wir haben jetzt hier verschiedene Züge, aber ein Zug ist zum Beispiel Dame H4. Wir spielen das wieder sehr ähnlich wie eben, mit der Idee, dass wenn Schwarz jetzt hier rochiert, wir wieder Läufer D3 haben. Hier ist die Variante minimal anders. Hier ist H6 etwas besser, denn jetzt nach Läufer schlägt H6 kann man Springer E4 spielen. Und hat jetzt hier diesen Angriff auf die Dame als Schwarze und hat mit Springer E4 H7 verstellt. Normalerweise würde jetzt Läufer G5 gut funktionieren, aber jetzt durch Springer E4 ist H7 verstellt. Und hier muss man jetzt als Weiser noch Dame H5 finden. Es ist immer noch sehr, sehr gut für Weiß, aber die Varianten muss man sich jetzt ein bisschen anschauen. Ich zeige nochmal so ein paar Beispielvarianten. Hier kann man jetzt den Springer rausnehmen, schlägt wieder und hier schlägt der Turm wieder. Man hat wieder eine Figur weniger, aber auch das ist, ja, der Computer sieht hier so einen klaren Gewinn. Ist ein bisschen langfristiger. Die Taktiken, es droht auch mal sowas wie Turm E6 und Dame G6 Schach. Also, ja, die einzelnen Varianten kann ich jetzt hier nicht alle bis ins Ende durchgehen, aber, ja, da muss man sich auch manchmal ein bisschen auf die Computerbewertung dann verlassen. Ich will nicht sagen, dass ihr dem Computer blind trauen solltet, aber wenn ihr hier plus 2 anzeigt, dann heißt das eben schon, dass das hier mehr oder weniger taktisch vorbei ist auf Dauer. Und auch hier hat Schwarz ja keinen großen Fehler gemacht. Er hat kurzrohiert. Er kann versuchen, die kurzrohade hinten anzustellen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, na gut, ich gehe mal mit der Dame weg, um mal aus dieser Festung rauszugehen. Ich spiele mal Dame B6. So, und jetzt sieht es ja so aus, als ob der C4 hängt, aber, ja, Weiß hat hier so großen Entwicklungsvorsprung. Hier muss man aktiv spielen und tatsächlich der beste Zug ist hier Springer D4. Taktisch auf diesen E6, wenn jetzt D schlägt C4 kommt, schlage ich jetzt hier auf E6. Der Bauer schlägt wieder. Ich schlage mit dem Läufer auf den Springer auf F6. Ja, was soll Schwarz machen? Er kann ihn mit dem Läufer wieder nehmen, dann kommt hier aber Turm E6. Er kann ihn mit dem Gehbohren wieder nehmen. Dann nehme ich zum Beispiel jetzt hier auch auf E6. Und Schwarz wird hier hinten nicht mehr rauskommen. Es droht gleich Dame H5. Er kann zum Beispiel jetzt Springer D7 spielen, folgt Dame H5 Schach, König D8 und dann zum Beispiel Dame F7. Geht auf diesen E7 drauf. Turm E8 sieht erst mal noch vernünftig aus. Aber, ja, Schwarz ist hier so hinten drin, dass jetzt einfach, es reicht hier noch eine Figur ranzuholen. Und jetzt droht auf wunderbare Art und Weise, Springer schlägt F6, weil sowohl der Läufer gefesselt ist wegen der Mat auf D7 als auch der Springer gefesselt ist wegen der D-Linie. Und das kann Schwarz hier kaum verhindern. Der Computer möchte noch König C7 spielen. Kann ich trotzdem auf F6 nehmen. Ja, und wenn jetzt Springer schlägt, F6 folgt, folgt er einfach drum, schlägt E7, Torstuhl E7, Dame schlägt E7, König C8 und Dame schlägt F6. Material ist fast gleich, aber Schwarz steht hier völlig auf Matt hinten, kommt hier hinten nicht mehr raus mit seinem König und das ist völlig gewonnen für Weiß. Es soll jetzt nochmal so ein Beispiel sein, oder ein, zwei Beispiele, wie dieses Ubisoft Gambit funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, welche Varianten ihr nochmal gerne ausführlicher sehen wollt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt mir mal eure Erfahrung, ob ihr dieses Gambit kennt oder nicht und wie ihr es findet. Also ich kannte es vorher nicht und als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich, na gut, es sieht irgendwie relativ harmlos aus, warum Opfer hier einen Bauern, aber je mehr ich mir das angeschaut habe, je mehr hat es mir gefallen. Und das hat mir wirklich gut gefallen, dieses Subtile. Nicht dieses Haut-drauf-Gambit, sondern wirklich, ja fast nicht langfristig, aber schon so eine mittelfristige Initiative, weil man einfach Entwicklungsvorsprung und diese offenen Linien im Zentrum hat und das alleine reicht als sehr gute Kompensation für den Bauern und ihr habt ja gesehen, bei teilweise normalen Zügen kann es sein, dass Schwarz hier trotzdem ins Hintertreffen gerät. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Macht's gut, euer Schachpanda. Ich freue mich.